Herzlich Willkommen zurück zu Satisfactory. Letzte Folge war ein bisschen länger, deswegen musste ich leider schneiden. Es ist mir leid, dass wir kein Willkommen zurück und auf Wiedersehen gehört haben, aber es war nur einmal. Ich habe vergessen, den Wecker zu stellen. Ja, also passiert. Wir bauen die Betonproduktion ab. Erstens, weil wir genug haben und zweitens, also wann es hinkommt. Die Stromkabel hier können weg. Die Stromkabel hier kommen dann darüber. Der Weg sollte ausgebaut werden, ja. Obwohl er hinten dann in eine Rampe reingeht. Die könnten wir eigentlich auch verschieben. Die Ramp kommt weg. Fundament ein bisschen da hin. Ja, wir schieben sie. Wir schieben sie ganz hier hinter an die andere, dass es einfach eine Rampe gibt. Jo, super. So, Fundamente hier hin. Dann ist der Weg schön und gerade. Die Rampen. Sollen wir die hier hin machen? Ja, ne? Und dann hier unten drunter. Noch welche? Am besten. Zack. 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 Und zack. Zack. Können wir denn tauchen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht. Wenn man rein springt, ist man unter Wasser. Aber sonst weiß ich nichts davon. Okay. Dann haben wir so einen kleinen Abgang. Ähm. Hier kommen auch Rampen hin. Aber hier hinten nicht. eher hier. Wird ein bisschen gedreht. Hoffentlich. Ja. So. Und dann dachte ich mir, wir führen ihn hier irgendwo lang. Aber ich weiß nicht, wo lang. Hier wäre auch doof. Hier sind nämlich die anderen Meinen. Wir haben es bald geschafft. Die Renovierungsarbeiten sind bald vorüber. Ja. Wir kriegen bald wieder neuen, neuen, frischen Content hier. Oder wie nennt man das? Content, oder? Ja. Content. Content ernennt. Content ernennt. Die beiden hier. Muss mal nachschauen. Ihr Kabels hier. Könnt weg. Der ganze Eisenkram ist fertig. Hoffe ich mal. Eintönig. Sehr, sehr eintönig. Ähm. Rampen. Sollen wir hier Rampen hochbauen? Besten Jahre. Machen wir so. Ähm. Warte. Wo war die Straße? Hier. Die Container nehmen maximal zwei ein. Und dann brauchen wir noch Platz, um die Container zu füllen. Wäre hier. Ich kriege den Freiraum. Hm. Also so hier. Hier. Hier können wir keine hinbauen. Aber hier können wir wieder eine Rampe runterbauen, oder? Ja. Alles gut. Gibt zwar so eine Spitze, aber alles gut. Ähm. Hier wird die Rampe im Boden verschwinden. Ja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nicht ganz. Aber auch nicht halb. So. Und wir kommen oben an, oder? Das ist super. Ohne Feuer nachzumissen. Oh. Das ist ein Wollschild abbauen. Sorry. Kann ich den da? Von hier? Ja. Ist das zu knapp für dich? Nee, oder? Das geht. Bestimmt. Oh, was will der da da machen hier? Das ist ja... gemeingefährlich. Ähm. Mal, wenn wir dich hier eins hören. Das geht. Super. Und er kommt hier raus. Wofür wir das denn hin? Das weiß ich noch gar nicht. Das ist mir auch... Ich bin ja schon wieder voll abgetrifftet. Ähm. Stein. Wollte ich dich hier oben langführen. Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich nicht. Wenn wir dich hier langführen. Gehst du dann automatisch außen rum, oder? Versuchst du dich durch die Wand? Ah, du versuchst mich... Äh. 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 Warum? Warum? Warum bist du so dumm? Das ist doof. Wir können hier keine Fundamente hinbauen. Jetzt muss ich hier mega Aufwand betreiben. Um hier so ein paar Förderbänder da langzulegen. Das ist nicht so die richtige Höhe. Das sieht ja keiner, oder? Was sieht hier das Schwein? Das ist zu hoch. Das ist eins zu niedrig. Gefällt mir nicht. Gefällt mir alles nicht. Aber so geht es wenigstens um die Ecke. Dann kriegen wir dich auch hier so hoch. Das weiß ich auch nicht. Fundamente passen hier hin. Das ist super. Das hier geht. Und du müsstest jetzt hier hin. So eins, zwei. Eins, zwei. Das ist auch nirgendwo mittig. Das ist auch nirgendwo mittig. Wir machen es hier hin. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Super. Ähm. Ungültige Formen. Du fällst mir. Du fällst mir. Und... Ist das gut aus? Äh, nein. Das ist für den Weg nicht ausreichend. Ähm, ja. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Eine Schleifen nach hinten. Und dann einmal hier wieder auch vorne, ne? Ja. So hoch wie es geht. Ist wahrscheinlich nicht hoch genug. Eins, zwei. Eins, zwei. So hoch wie es geht. Ähm. Eins, zwei. Eins, zwei. Wieder ungültige Form. Einmal ein. Super. Ähm. Das hier ist das letzte, was wir haben. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Dann hier eins hoch. Hier eins drüber. Und wo bist du? Kriegen wir das so hoch? Ja. Die Entlänge bestimmt. Super. Ist auf jeden Fall schon mal freier als... Ja. So ist besser. So ist viel besser. Viel, viel besser. Strom. Kommt weg. Ihr... Äh, du wirst nicht hier bleiben, ey. Ähm. Das hier. Kommt auch weg. Hier kommt ein Fünfer hin. Ähm. Wo lassen wir denn... Wo lassen wir denn hier das Ding anfangen? Können wir hier eine Wand hin machen? Ja. Da. Es funktioniert. Und dann kommen hier die Container rein. Und zwar folgendermaßen. So. 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 Und... So. Sollen wir den Weg hier hin machen? So. Großes Containerlager. Vier breit. Dann... Drei tief sagten wir, ne. Drei tief. Dann ist hier der Weg. Reißt bossisch den Lift ab? Ich will nicht wissen was passiert, wenn du den Lift up reißt. Da kommt er wieder runter oder man snap und fliegt nach oben Mach die Raumstation kaputt Hat schon von der folge irgendwas gesagt was wir machen und dann habe ich es noch nicht gemacht Oder am Ende der letzten folge Wollten wir nur ich glaube wir wollten Kalkstein machen also egal Der komplette Prozess unserer Fabrik ist ja wichtig mit nur einem Einzelnen Was soll ich sagen wenn man irgendwo hinten hin zielt popt man irgendwo was ab Wenn jemand fällt runter wollen wir nicht Oh Gott wir haben gleich hier den Den ganzen Platz frei Wollen wir mal von oben mal gucken gehen Das ist ein riesen Platz wahrscheinlich Wir haben noch Platz Was ein Platz Wir können schon mal Container platzieren und bisschen umräumen Wie kommen wir gar nicht raus Wie kommen wir gar nicht raus Und das verkehrt Und das verkehrt Also nochmal von hier Ich bin im Freiraum Klar Was denn auch sonst Da oben drauf sind die anderen Genau Die bekommen aber kein Fenster sind Die bekommen eine Tür weil sonst können wir sie nicht ankrabbeln Ich zeige euch was ich meine Genau an der Tür die weiter nach unten geht Weil wenn das hier so hoch wäre wie hier könnten wir da nicht drin So Und dann würde ich sagen Räumen wir mal um Oder wir plattformieren wir mal noch kurz Zack 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 Oh oh Der Betöing geht leer Ja das Kabel kommt hier runter das ist schön Ähm wie führen wir das hier vorbei Da oben hockt er und guckt uns an Mit seinen kleinen elektrischen Augen hier Irgendwie Strom haben aber wir haben keine Strom Wir müssen den irgendwie hier rüber kriegen Also einmal hier rüber Wo ist jetzt die Straße soll die hier hin? Am besten ne? Also da kommt die Straßenecke hin Kommt da noch eine Fabrik hin? Keine Ahnung was da hinkommt Vielleicht eine der moderneren Ähm ja dann kommt der Pfosten hier auf die andere Straßenseite Ans Eck Ähm haben wir die schon verbunden? Nein eins hier hin Eins da hin Eins da hin Eins hier rüber So und dann eher hier hin auf die Ecke drauf Genau Und dann gehen wir Wie weit oben ist er denn? Hier 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 hin Hier hin Kleine Papagei Und dann da oben hin Und dann da oben hin So Stromleitung liegt Super Oh mir gefällt es jetzt schon Ey das Aufräumen gefällt mir jetzt schon Richtig gut Klisch das an Das Förderband auf jeden Fall Oh je So Ähm ja die Förderbänder Aber würde ich sagen legen wir noch nicht Weil ich hier noch gern zuerst die Fabrikplanung machen würde Und dann können wir die Förderbänder ja wieder wie hier so in den Wänden langlegen Das war aber so genau Aber jetzt kommt das Förderband erst mal hier her Hier her Ähm läuft hier auf ein Förderband Ja Ja Wer klimpert denn hier oben Das hört ihr auch oder? Irgendwer Glitzert hier rum Du hast irgendeine Schnecke Irgendeine Schnecke Hm Wo legen wir das Förderband lang? Kommt das hier lang und dann da hoch? Oder legen wir es da über den Felsen drüber? Hallo 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 Die Schnecke haben wir doch schon geholt oder? Was für ein Geklimper da unten gewesen dieses Lele Oh 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 Haben wir überlebt Wir müssen mal was essen Das ist doch wie ein Kuchen Gubbis-Geklimper Wissen Fällt mir nicht Wo legen wir das lang? Haben wir hier noch irgendwelche Pläne? Hier eigentlich haben wir keine Pläne Ne? Könnt das Ganze hier rüberlegen hier so hier hoch ne 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 wir planen wieder ein einziges förderband kann ich waren wir müssen wir müssen alle zusammen planen riesengroßes chaos aber die dahinten dahinten wir legen es hier rüber es kommt hier runter das ist hier vorbei es kommt hier rüber es kommt hier rüber flitzt hier rüber 123 an über die rampe drüber und die anderen kommen von da hinten das haben wir hier wir haben noch nicht genügend platz lassen können okay er hier ist schon richtig so auf der höhe so ja das können wir lassen finde ich gut dann würde ich sagen löcheln wir die hier außen rum wo können wir denn noch bauen ich glaube hier dürfen wir schon gar nicht mehr bauen oder was sagt das doch hier können wir bauen dann würden wir da hinten neben der höhle raus kommen und dann da hoch ja und dann geradeaus hoch genau ja wie weit kommen wir drei oder vier ne so was drei oder vier kommen wir weit glaube ich da können wir sogar fünf weit fünf ja dann müssen wir hier auch ein weg hin machen ja hier machen auch ein weg hin dann verschieben wir das ganze ja hier kommt ein weg hin ja hier ich bin so doof ne ja wir lassen so ist mir jetzt egal könnte ich ewig lang hier rumbauen das hier und das hier das war natürlich weg das ist ja schandhaft geschandelt ist das nicht genügend freiraum das ist jetzt dein ernst hier kommst du mit hier zum beispiel und hier ja ich meinte hier ja 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 Das ist die Nachricht, dass wir aufhören sollen, aber ich will noch nicht aufhören. Ich will das gerade noch fertig machen hier. Zumindest mal das hier, 1, 2, 1, 2 und dann müssen wir gucken, wo kommen wir hin? Hier, 1, 2, 1, 2. Jetzt wir hier mindestens schon mal eins höher gehen, ja, schöner Anstieg da hoch. Super. Eher hier, er da und dann läuft alles in einer geregelten Höhe hier rüber, genau. Fünf Stück haben wir, 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen Beton. Achso, jetzt aber. Jetzt würde ich mich aber verhöhnen, verhöhnen müssen. Betonmangels nicht, noch nicht. Kommt drauf an, was wir noch bauen. 1, 2, 3, 4, 5, genau hier. Einen hier und einen hier. Und dann kommt ihr mal hier rüber. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann müssten wir da hoch. Wir müssten da hoch. Und er am besten gleich mit. Kriegen wir das hin? Ja, ne? Wo kommt der hier lang? Hier. Ähm, hm. Hm, 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 hm. Euch müssten wir mal umlagern. Frauen und Herren. Von uns so reisen. Nur so kurzfristig, ja. Keine Sorge. Ja, ja, alles gut. Ähm, da kommt das Band hier runter und läuft mit den anderen dreien da hoch. Hier hoch. Ähm, wo haben wir das? Eins hier, ne? Eins hier. Das dritte hier. Das klappt sogar. Super. Wir werden es auch zwei hoch machen können. Für besser gewesen, glaub ich. Ähm, ja. Wie kriegen wir das jetzt hier hin? Liebe Freunde, liebe Freundinnen. 1, 2 am besten. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Geht das? Können wir so hoch? Ja. Was frage ich überhaupt? Nicht schlecht. Beide ich nicht. Ich bin hier im Durchschnitt. Lass mich nicht mitf Kickflachen. Ent know ich nicht. Nicht schlecht! Ich bin ganz schlecht. Gewinnig bin ich meinem Kampf. Die Luft ins CRK. Ich bin egal. Du, nicht richtig. Körnata. Ich bin hier. Ich bin hier. Dicht. Sag ein Ball. hier haben wir den ersten den anderen und da den da um den da in die höhe zu leiten 12 12 12 12 hier das heißt er kommt hier an geht hier um die ecke das wird gehört das witzig hier ich mach mal hier welche hin das sind dann die drei die wir nachher haben er müsste 1 verletzt werden also wir wollen ja frei sein genauso dann 12 12 frei 12 12 kommen wir hier hoch ja kommen wir einwand frei ja das wird super eine wand und ein dreier eingang das wird super ich sag's euch einmal hier einmal hier zu teuer okay zu teuer aber das war's leute wir haben das video schon lange überzogen und deswegen bis zum nächsten mal